Der Oktober zeigt sich zum Ende hin nochmal richtig spektakulär, denn anders kann man diese Temperaturen, die uns erwarten, nicht beschreiben. Höchstwerte von 25 oder vielleicht sogar 26 Grad erwarten uns also wirklich nochmal Sommerfeeling im Oktober. Und das Ganze haben wir folgender Großwetterlage zu verdanken. Tiefer Luftdruck nordwestlich von uns, der hohe Luftdruck südöstlich und wir dazwischen in einer südwestlichen Strömung. Und so kommt eben die Sahara-Luft über Spanien und Frankreich zu uns. Am Mittwoch gibt es aber erstmal noch einen kleinen Dämpfer und zwar in Form von dieser Warmfront. Die bringt uns besonders hier im Süden ein bisschen Regen, also insgesamt nicht wirklich viel. Wir merken sie besonders in Hinsicht auf die Bewölkung. Und die Front liegt eben von der Nordsee über die Mitte bis hier Richtung untere Donau. Am Mittag zieht dann allmählich weiter zuvor, ist es besonders Richtung Oder freundlich und auch hinter der Front lockert es am Oberrhein schnell wieder auf. Hier dann schon bis zu 23 Grad. Sonst bleiben wir besonders in der Nordosthälfte noch häufig unter der 20 Grad Marke. Ja und nicht nur die warme Sahara-Luft kommt zu uns. Auch der Sahara-Staub, der macht sich schon am Donnerstag bemerkbar. Wir sehen hier Deutschland besonders im Süden. Am Freitag ist die Konzentration überall in Deutschland da. Und wenn dann ein bisschen Regen fällt, dann ist sogar Blutregen hier und da nicht ganz ausgeschlossen. Denn besonders im Norden und im Westen ist es am Donnerstag etwas trüber mit ein bisschen Regen. Ansonsten nach Nebelauflösung viel Sonnenschein und schon bis zu 24 Grad. Am Freitag dann im Südwesten sommerlich mit Spitzenwerten von bis zu 26 Grad.